Ja, hallo, hallo, nächsten Samstag gibt es jetzt die Solo Auxiliar zu kaufen. Das ist ein bisschen überraschend, ich habe erst am Wochenende, weil ich im Warhammer-Store eingesehen habe, dass die große Box sich gekauft hatte. Normal dauert es immer ein paar Monate oder Zeit lang, bis dann die Modelle einzeln kommen. Jetzt kommen die relativ schnell. Die Infanteristen interessieren mich jetzt nicht so sehr, sondern der Malkatau-Panzer. Was noch mitkommt, ist hier die Lieben Russ, wer einen anderen Lieben Russ möchte, warum nicht? Mir fehlen aber die Sponsons, das ist so ein bisschen, ja, sicher kann man da was machen. Ja, das fehlt halt. Das Ding kann man im 4DK leider nicht verwenden. Und Sentinel, gut, wenn ich halt einen anderen Zettel möchte, ein bisschen retro aussehen, dann gibt es da jetzt auch einen anderen. Aber um den Malkatau wird es vor allem gehen, wie man den 4DK spielen kann. Ich finde auch vom Design ganz interessant, dass es ein bisschen wie der britische 1. Mark IV, 1. Weltkriegspanzer, der auf den Seiten diesen Waffen gehabt hat. Und ein bisschen die Franzose hat auch so gesagt, den ersten Turmpanzer, das Heck erinnert mich so ein bisschen an den. Ähm, naja, egal. Und zwar, wie kann ich den 4DK spielen? Ich hatte das schon mal vor längerem, was für alle Forgeworld-Modelle Panzer gemacht, auf meinem englischen Kanal. Und ich werde es gerade mal für die Malkatau-Panzer zeigen. Ich finde es total bescheuert, dass man, gut, die Punkte, die nicht einblenden, verstehe ich ja immer noch, weil sie das gleich auf den Karten haben. Wobei, man könnte es ja dann auch dazu machen, wenn sie sich geändert haben, kann man es ja ändern. Ja, aber dass es zu faul wäre, da ein Bild ein vernünftiges reinzumachen. Selbst ich mit meinen grüppeligen Grafik-Design-Kenntnissen hätte es schneller hingekriegt. Ja, egal, lassen wir das. Deswegen habe ich es halt rauskopiert und dass man es halt alles ein bisschen auf einem Bild hat, sozusagen. Ähm, genau. Der Malkatau-Panzer. Es gibt drei Varianten. Malkatau, Malkatau-Annihilator und Malkatau-Defender. Und der sieht ein ganzes Stück anders aus. Es sieht aber nach einem ähnlichen Chassis aus. Schwer zu sagen. Aber bleiben wir bei den drei hier. Ja, die Malkatau-Panzer sind so ein bisschen zwischen den Rogel-Dorn-Panzern und den Lehman-Russ-Panzern. Von daher haben wir eigentlich keine richtige Rolle momentan. Aber vielleicht, wenn jemand was Spezielles möchte, könnte man die trotzdem verwenden. Ist ein bisschen die Frage. Warum sage ich dazwischen, die haben den Widerstand vom Lehman-Russ und die Wunden vom Rogel-Dorn. Also das ist ein bisschen dazwischen. Auch preislich müsste es halt dazwischen stehen und das entscheidet es halt leider meistens. Aber fangen wir mal an. Dieser Panzer hier hat zwei Autokanonen. Ein Heavy Bolter und eine Malkatau-Battle-Kanone. Ja, hört sich erst mal gut an. Und die Malkatau-Battle-Kanone ist aber leider eine schwächere Lehman-Russ-Kanone. Wir werden jetzt Stärke 11, würde ich sagen, sofort kaufen. Aber hat halt nur Stärke 9. Und Stärke 9 ist halt... Am Wochenende war ich auf einem Warhammer-Event und da haben wir gespielt, wo ich sagte, alles was Stärke 9 ist, ist bei mir leicht gepanzert in meiner Welt. Und so irgendwo ist das so eine kleinere Kanone. Müsste halt mehr Schuss haben oder eben, dass sie attraktiv wäre. Die gleiche Kanone hat dann die Mourasse auch. Von daher, das gibt mir nicht besonders viel. Hat zwei Autokanonen. Autokanonen sind wieder auch interessant, weil ich hab dann da... Das sind dann die an der Seite vermutlich. Hab dann halt vier Autokanonen Schuss. Auch nicht verkehrt. Aber wie gesagt, was möchte ich damit bekämpfen, wenn ich die... Mein Hauptkanon hat auch die gleiche Anzahl Schuss. Von daher bin ich damit ein bisschen unzufrieden. Schwere Bolter. Gut, das ist halt normale schwere Bolter. Das wird dann der da vorne sein. Was das jetzt vielleicht wieder richtig interessant macht, ich kann da die Waffen austauschen. Ich kann die Autokanonen der Seite gegen Laserkanonen ersetzen. Das könnte interessant sein. Ich kann auch den vorderen Bolter hier gegen die Laserkanonen ersetzen. Dann fährt der Panzer mit drei Laserkanonen rum. Das könnte interessant sein. Da... Wie gesagt, mit der... Sonst von den Werten, da kann ich auch dann den lieben Rust nehmen. Und den dann Rogel Dorr nehmen. Und kann da die... Sogar die Twinlink-Kanone dran machen. Dann hab ich sogar noch Twinlink für meinen Wert. Und sogar noch stärker 10. Die Hauptkanone ist ein bisschen mystisch, finde ich. Du müsst dann mehr Schuss haben oder irgendwas, das interessant ist. Ich hab noch für eine Hunter-Killer-Rakete. Die hat der Rogel Dorr zum Beispiel nicht. Das war so ein bisschen Vorteil. Und ist ein paar Punkte billiger. Und die Fähigkeit ist auch nicht verkehrt. Das Problem ist ein bisschen... Deckung hab ich meistens immer irgendwie. Selbst wenn ich den Panzer halt dann irgendwie so hinstelle, dass es Eck hinter dem Gebäude ist. Deckung hab ich eigentlich fast immer irgendwie. Von dann dieses 1-A-Mob... Das hab ich eh immer. Und ich bezweifle, dass ich es zweimal krieg. Ich bin aber noch in Deckung und hab dann die Fähigkeit. Und so funktioniert es halt, glaube ich, leider nicht. Deswegen... Die Fähigkeit ist nicht verkehrt, wenn ich jetzt überhaupt keine Deckung hab. Aber... Meistens hab ich ja halt Deckung. Waffenmäßig, wie gesagt, wenn die Hauptkanone besser wäre, dann könnte man auf jeden Fall drüber reden. Was vielleicht die Idee noch sein kann, dass es dann ein Take-Aim-Game und dann halt 3 Laserkanonen, die auf 2 Treffen hab. Und auf 3 Treffen hab. Das war für eine Idee. Oder halt das volle Autokanonensperrfeuer. Aber Autokanonen... Ich würde... Wenn ich dann nicht 3 Autokanonen haben wollte, oder 3 Laserkanonen, kann ich ja 3 Settles kaufen. Und bin da billiger unterwegs. Von daher, ähm... Ja... Das war für jetzt ein bisschen billiger, ein bisschen besser. Ja, warum nicht? Aber einfach, wenn man... Wenn man 3 Ruckel-Dorns in seiner Liste hat und einen 4. Monster-Panzer haben möchte, dann, ähm... Warum nicht? Malkator Annihilator. Vom Chassis her ähnlich. Oder ist das gleiche Chassis, nur ein anderer Turm. Ähm... Ignores Cover. Ja, wenn er in halber Reichweite ist, das ist sicherlich keine schlechte Fähigkeit. Ähm... So, wo steht die Bewaffnung? Er hat eine Demolischer-Kanone, da vorne. Hat einen... Zwei Heavy Bolter. Und ein Malkator Twin Laserkanon Turret. Ähm... Das ist dann da oben. Und natürlich ein Stubberner, aber... Ich nehme immer mal die Stubberner. Ähm... Wobei, die machen alles richtig. Die können alles gefährlich sein. Der hat mal eine Menge Schuss, wenn er stehen bleibt. Ähm... Tödliche Treffer. Und wenn er 3, 4, 5 Treffer hat, dann oft... Auch wenn der Gegner 2er safe hat am Zut, macht man trotzdem eine Wunde. Also, harmlos... Das ist nicht unterschätzend. Er hat auf jeden Fall auch wieder ein Hunter-Killer-Missile. Das wäre jetzt der Vorteil zum Rogel Dorn. Ist... Ja, wert und technisch ist das Gleiche. Der hat jetzt die Demolischer-Kanone. Das ist sogar die... Nicht die... Der Rogel Dorn hat eine kleine Demolischer-Kanone. Das ist aber keine... Das ist nicht die Baby-Demolischer. Das ist richtig Demolischer. Der tut also richtig weh. Ähm... Was hat er denn noch? Gut, 2 schwere Beuter. Die würde ich auf jeden Fall gegen was anderes austauschen. Er hat 2 Auto-Kanonen oder 2 Laser-Kanonen. Beides nicht verkehrt. Und er hat dann nochmal die Twin-Laser-Kanonen. Er hat eine Laser-Kanone, ein Schuss. Twin-Linked heißt, kann ich dann re-rollen, wenn ich jetzt... Ähm... Nicht verwundet habe. Könnte auch eine Idee sein. Weil dann habe ich 3 Laser-Kanonen und eine sogar Twin-Linked. Könnte er zusammenwürfen. Muss dann halt nur... Für einen oder anderen Würfel verwenden. Und sagen jetzt, welcher hat das verwundet, welcher... Von daher könnte ich das auch relativ schnell abhandeln. Ich habe ein Hunter-Killer-Missile. Aber... Ja... Aber nochmal, Rogel Dorn hat halt die Hauptkanone mit der gleichen... Gut, der hat nicht ganz so viele... Ähm... Ich glaube nur 2... 2 Armour-Penetrationen. Aber der hat ja auch eine Kanone. Der schießt auch 3... 3 Schuss... 3, 4 Schuss locker ab. Und seine Hauptkanone ist auch schon mal bescheuert. Würfel der D3... D6 plus 3 Schuss. Von daher, ähm... Die gleiche Nummer Schuss kriegt man immer. Und bei der Laser-Kanone habe ich das Problem. Ja, ich kann dann auch 2, 3, 1er würfeln beim Schaden. Dann... Ja... Dann potenziell wäre das Fahrzeug tot. Und dann... Dann lebt es noch von daher auch die... Bisschen, ähm... Ja... Aber die Demolischer-Kanone ist schon mal auch... Auch nicht verkehrt als Waffe. Fähigkeit... Ich glaube, der Kammer wird eine halbe Reichweite. Problem ist, der Demolischer hat auch noch eine kurze Reichweite. Von daher muss er 12... Inch ran an den Fighters-Dir effektiv verwenden kann mit der Fähigkeit. Und das möchte ich nicht unbedingt. Von dem Gegensatz zum... Demolischer... Demolischer hat dann die Fähigkeit, dass er im Nahkampf schießen kann. Das hat der halt auch wieder nicht. Von daher... Und selbst für 200 Punkte kriegen die Demolischer. Von daher... Weiß ich, ob das besser ist. Und die Demolischer hat auf jeden Fall auch eine Laser-Kanone ja eh... Entsprechend baue, eh eingebaut. Von daher... Auch da... Ist halt leider ein bisschen zu teuer. Und... Wenn ich jetzt... Budget total ausreißen will... Aus... Ausreißen will... Den Malcator Defender... Der hat eine ganz nette Fähigkeit. Wenn er nämlich Overwatch schießt, dann trifft er auf 5+. Was jetzt nicht schlecht ist... Ähm... Der ist bewaffnet mit... Demolischer-Kanone vorne... Und 7... Schweren Boltern... Wo sind die alle untergebracht? Da oben im Turm vermutlich. Ähm... Ich kann 2 austauschen. Ähm... Gegen Autokanone oder Laser-Kanone. Das würde ich vermutlich tun. Gut, hat der Killer-Missile das andere verkehrt. Ähm... 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 Das ist der Heavy-Stubberner. Ne, genau. Es gibt nämlich irgendwie woanders einen Twinlink-Heavy-Stubberner oder irgendeinen anderen. Aber das ist auch der normale Heavy-Stubberner. Also auch nichts Besonderes. Aber... Manchmal ist es für 3 oder 10 Punkte. Da kaufen wir halt einen Demolischer. Und nun für 200 Punkte oder... Für die Punkte kriege ich schon 2 Bankwischer-Lieben-Russ-Panzer. Von daher würde ich auch sagen... Es kann seine Berechnung haben. Aber es ist halt einfach ein ganzes Stück zu teuer, finde ich. Und das ist leider eben das Problem. Bei allen Forge-World-Einheiten punktemäßig sind sie zu teuer. Und gut, die Frage ist, was der jetzt kostet, wenn er jetzt aus Plastik rauskommt. Ähm... Da bin ich mal gespannt. Wenn er nicht zu... Zu astronomisch teuer ist, dann werde ich mal einen kaufen. Einfach so zum Spaß. Und einfach mal wieder was Interessantes zum Bauen zu haben. So nach dem Motto. Aber dann mal schauen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!